Willkommen zu unserer Rubrik die Sterne. Heute dabei Frank Spilker. Wir stellen vier Fragen, die man Musikern nicht stellt. Peter? Die Sterne beim Eurovision Song Contest, das würdest du dazu sagen? Ich würde mich geehrt fühlen, ich würde es aber nicht gucken. Bist du Fan oder Freund eines Fußballclubs, Sportclubs, Sportfans? Ich liebe Sport. Super. Die 50 ist die neue 30. Das kannst du mich fragen, wenn ich in das Alter komme, aber ich fühle mich auf jeden Fall schon ziemlich alt. Wenn du ein Cocktail wärst, welcher wirst du? Pina Colada. Pina Colada. Das ist fast noch schöner als Cuba Libre. Und den gibt es für dich bald wieder im Top-Dot? Für mich. Und für dich? Echt Pina Colada? Auf gar keinen Fall.